herzlich willkommen hier wieder bei minecraft so es ist ein bisschen was passiert ich war zwischendurch hier wieder zu gange seht ihr am inventar ich habe mal ein bisschen hier brennmaterial geholt um die steine zu brennen außer natürlich wir haben ja auch zwischendurch auch mal die kohle die holzkohle gemacht aber genau was hat sich noch gerne ich habe natürlich einmal hier geerntet und die anderen sachen abgeerntet alle einmal einmal kühe einmal schafe gezüchtet das werden jetzt immer mehr genau ein ganz bisschen habe ich hier noch ja hier zum beispiel ein bisschen terraforming gemacht und ich war mit dem wo ist das pferd was macht denn das pferd im anderen gehege wie kommt das denn da überhaupt sind wir sagen dass sie sich überbacken finde ich interessant okay ja mit dem weich unterwegs haben ein paar sachen erkundet weil sachen neu gefunden und gesehen dass wir zum beispiel wirklich der zombie-spawner den wir gefunden haben in den bergen relativ dicht dran ist wirklich genau hab ihn noch gesehen ich hab ihn noch gesehen ich hasse dass ich ja ich habe mich die sachen hier ja ich wollte nur wissen weil ich hatte zwischendurch der ding ist mich weg das nervt mich jetzt die werbung wollte ich sagen hängt die folge schon so gut an ja genau hier habe ich terraforming auch gemacht habe ich was hingetan ja jetzt kann man natürlich sagen ja genau deswegen konnte der keeper jetzt auch ohne probleme zu uns kommt zu mir kommen hier aber ja na ja genau wir sind natürlich dann gestiegen stück für stück so ich wollte jetzt aber mal wieder ein bisschen mit dem dorfbewohnern handeln beziehungsweise erstmal kurz schlafen was haben wir hier das ist das hühnchen großkaninchen ich bin nicht doof großkaninchen werden wir wohl nie machen das ist das hühnchen so so machen wir mal hier schlafen so So, genau. Ey, na, kommt schon her. Waffenschmied. Da habe ich einmal schon mal mir eine Eisenachs geholt, aber ich wollte mit dem Grobschmied mal einmachen. Eine brauche ich ja nicht mehr. Und Kies. Ja, Feimer heißt er jetzt, macht er natürlich Feine, klar. Ich muss überlegen. Also die Person, die... Ah, eine, eine. Bibliothekar. Der ist natürlich gerade genau richtig. Ah, hier wollte ich auch so eine haben, ne? So, was habt ihr hier? Waffenschmied wieder. Tanzermacher. Ne, ich wollte einen Grobschmied. Wollen wir einen Grobschmied? Hm. Gut. Nochmal eine. So. Einmal ist ich nämlich mal mit. Mit dem Handeln. Bin. Ach so, ich habe was herausgefunden. Ich habe natürlich noch mal nachgelesen. Was Biome angeht. Und sehr interessant. Ich habe mal nachgelesen. Es gibt 73 verschiedene Biome. Finde ich voll geil. Voll cool. Ähm, ja. Genau. Und. Wo ist denn jetzt so ein Grobschmied? Ich will jetzt so ein Grobschmied finden. Weiß ich da einen haben. Du bist ein Bauer, ne? Ja. Sag, wer bist du? Du bist einer, der immer, der so was Linernes hat. Wir haben nicht. Einmacher. Was ist, wenn wir das jetzt hier wegmachen? Und wieder hinstellen. Jetzt ist der, der Einmacher. Ja, 32 Stock. Das gefällt mir doch viel besser. Und es ist viel nichts. Genau. Wir haben inzwischen noch eine zweite gefunden. Ähm. Da hinten könnte der sein. Kann das sein? Ganz, ganz hinten. Und hier. Ja. Waffelschmied. Hm. Und hier ist Kartograf. Genau. Kartograflich. Ähm. Ja. Mal gucken. So. Ich schreibe jetzt Karten. Sehr gut. Gerne für mich hier. Zack. 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 So. Ja. Ozean-Entdecker-Karte. Ja, nee. Brauche ich nicht. Ich wäre, ich darf im Wald anwesen. Das wäre jetzt geil gewesen. Wald anwesen. Okay. Okay. Schade. Hätte klappen können. Gut. Aber. Dann mal eben. Waffelschmied. Wo ist denn jetzt der Grobschmied? Hier ist noch nix, ne? Hier ist noch kein, doch. Ich habe noch schon einen im ZDF gesehen. Das ist ein Bauer. Da ist jetzt kein Grobschmied da drin. Das ist doch ein... Aber hier ist das auch weg. Maura, genau. Wollte ich ganz sagen. Was hier wäre doch der Grobschmied, glaube ich, ne? Hm. Okay. Dann werde ich mal mit den... Bisschen mal... Machen da. Wie viele haben wir hier? Na, noch nicht so viele. Kann ich jetzt nicht. Hä? So. Aua. Ah, du hast schon ein bisschen. Sehr gut. Können wir den ja mal... Ranz sichten, obwohl das lange dauern wird. Kann doch hier noch so ein Bauern. Wo ist der? Da ist es der? Ja. Neuling. Ja, was für ein Angebot hast du jetzt? Kürze. Okay. Das ist jetzt ganz schön teuer, ne? Und sollen, dass die immer teurer werden? Okay, gut. Ich lasse es lieber. Ich bringe die wieder zurück. Hier, ist das nicht ein Grupp? Ein Metzger. Äh, ich werde erst dann, wenn ich hier eine Mauer drumherum hab und eine... Wenn die vergünstigt sind, dann lohnt es sich mit denen zu... Außen, wenn ich dann so eine Dings fertig habe. Ähm... Ja, sagt schnell. Das ist eine... Ein Mauer. Da! Ist das nicht der... Da ist doch der... Waffenschmied. Da! Da! Da, na, na, na. Gerber. Hm. Ja, da will ich nicht. Ja. Bibliotheker. Cool. Bibliotheker. Den wollte ich doch mal. Wo ist er jetzt? Der Bibliotheker. Da. Ja, hauen wir nicht ab. Oder... So, was haben wir denn da jetzt? Glück ist mehr als eins. Das gibt's doch... Oh, drei, oder nicht? Aber immerhin. Finde ich cool. Hier ist auch Wasser. Oh. Ja, mal gucken. Das ist der Bibliotheker. Können wir mehrere von haben. Panzermacher. Äh. Ja, ihr kommt jetzt alle hier schön hin. Panzermacher. Äh. Oh. Wir haben... Echt noch kein Krupschen? Äh. Kann ich nicht eben hier Papier nahen? Hm. Gut. Dann... äh... gehen wir jetzt mal hier und machen... und machen... hier die hin. Die nach hier hin. Da gucken wir eben auch noch mal. Und das war jetzt nicht hier, ne? Ich finde den Krupschmied nicht mehr. Wurde der von Monstern umgebracht? Oder ist der wieder irgendwo nicht zu finden? Da oben zum Beispiel. Oder sogar in der Mine drin. Hm. Nee, geht noch nicht. Wenn wir 30 sind, wäre cool. Ja, das war's eh nicht. Hm. Gut, ich geh dann weiterhacken. Also, ich wollt' euch was zeigen, genau. Hey. Äh, wie war das jetzt mal? So und so. Schaut mal. Das sind die Chunks jetzt hier. Ja. Hier und... Hier. Ein Chunk sind also zweimal zwei Blöcke. Okay. Äh, hier wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Cool, ne? Ich find's cool. Zack. Das macht irgendwie Sinn, wenn wir Diamanten holen wollen. Und da ist was Rotes. Wieso ist das rot? Wie war das eben rot? Weiß ich nicht. Auf Dauer ist es nervig, aber es ist auch irgendwie cool, finde ich. So. Genau. Erst haben wir hier. Äh. Okay. 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 Warum erscheint das? Das irritiert mich jetzt. Zeigt das vielleicht irgendwas an? Das ist F3 und G gleichzeitig drücken. Erstmal F3 gedrückt halten und dann G dazu drücken. Und damit sieht man das. Das hab ich in Minecraft Wiki gefunden. So. Und dann. Let's mal wieder. Hier so. Okay. So. Passt sogar die Musik ein bisschen. Jetzt ist es Lama von links zu hören, ne? Interessant. Okay. So, jetzt ist das also auch Kohle. Okay. So, ich will mal irgendwie auf irgendwas treffen hier. So. Oh ja. Oh, ne Höhle. Da. Tiefenschiefer. Ja, wie geil ist das denn? So. Und ich bin jetzt mal. So, jetzt haben wir Diamant hier. Wie geil ist das denn? Und was sehen wir da? Smart. Ey, ich hatte das neulich in einer anderen Map, da habe ich ganz die Smarte gefunden. Aber. Keine Diamanten. So, und jetzt sind wir ja unten in der Höhle angekommen. Und jetzt mache ich trotzdem links. Das muss wahrscheinlich irritierend sein, ne? Ja. 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 Genau. Ja. Ich brauche ein stärkeres Schärfe 5. Schärfe 5 und Dings und Haltbarkeit muss ich da drauf machen noch, ne? Aber Schärfe 5 ist natürlich schon mal cool. So. Ne. Spannend, wo wir hier rauskommen. Da ist Gold. Ich will Diamanten. Wo ich gelesen habe, dass Diamanten in der Höhle nicht so oft vorkommen. Obwohl ich wiederum auch gelesen habe, dass Diamanten genau hier, ähm, bei Kies vorkommen, öfter vorkommen. Ja. Ja. Kann auch nicht hier schon vorbei sein. Hm. Let's last, okay. Hm. Hm. Also irgendwie ist das echt irritierend, ne? Ich behaupte, es geht danach weiter. Aber scheint es nicht zu gehen, ne? Er wird ein bisschen langweilig. Hm. Echt, hier haben wir Summies. Es geht nicht weiter hier. Ich hätte das jetzt echt erwartet. So, ich will jetzt mal wissen. Wo ist der Chunk? Chunk ganz sichtbar. Ach da. Da ist jetzt ein Chunk. Ist ja geil. Hier war das. Hier sollte man runtergraben dann. Circa vier Block oder so. Ähm, also was ich sagen wollte. Ähm. Unter Key ist circa vier Blöcke. Oder so habe ich das so zumindest aufgepasst. Ja. Es nervt. Es nervt. Es nervt. Ich hätte jetzt mehr von dieser Dings erwartet. Ah. Es... Es. Eisen, würde ich sagen. Das war eigentlich keine gute Idee. Also Was machen wir denn dann? Ich mache hier einfach mal tiefer. Wieder Eisen. Also Eisen ist ja auch gut, aber ich finde hier mann besser. Boah, ernsthaft? Ich habe keine Schützsacke mehr. Und die Behutsamkeit. Dann müssen wir einmal nach oben. Und dazu gehen wir einmal runter. Ach, da war ja Tiefenschiefer, ne? Einmal kurz schauen. Da auch. Erstmal hier. Tiefenschiefer. 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 Dann kenne ich mich noch nicht so aus. Weiß ich zu sagen. So. Das wird jetzt erstmal langweilig. Oder ich stelle das eben mal an. Chatsteuerung. Automatisch springen. Dann wollen wir mich nur wehdrücken dann aus. Und er springt automatisch. Ein bisschen clever, ne? Finde ich auch. So, das war jetzt wieder mal eine Folge, wo ich sagen könnte, ja, die war jetzt nicht so nötig. Aber interessant. Ist ja schon fast wieder vorbei, ey. Wie die schnell vergeht, ne? Wir müssen langsam mal eine Mauer ziehen. Ich kann mich nur nicht entscheiden, welche Art. Boah, ist das grün? Ist grün. Boah, ei, ei, ei. Okay, krass. Welche Art von, äh, Mauer. Ich will eine gute Mauer haben. Wir gehen jetzt einmal mal mit dem Pferd kurz weg. Halt doch gerade zwei Eisenschmerzen. 16. Boah. Boah. Hey. Hey, wieso? Wieso? Ich hab die doch gar nicht, ich hab doch nur das Pferd, äh, das Skilett angefasst. Hab, äh, links. Es ist ja grob, schmied da oben jetzt. In die Richtung wollen wir eh, aber nicht zu Fuß, wenn man mit dem Pferd. Maura, und das ist ja der Bauer, ja. Oh, Pferd, wo bist du? Der Angler, ne? Fischer. Genau. Panzer, das ist auch ganz cool. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Panzer, komm her. Komm her. Kann man aus geschmiedetem wieder Rohmaterial machen? Nee, ne? Ich brauch nicht so viele. Ich brauch höchstens einen und einen von beiden. Obwohl, die kann man sich ja erstmal... Wie viele haben wir denn? Ich brauch nicht mehr, ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich wollte, wo haben wir das? Warum haben wir Eisen? In unserem Haus drüben, ne? Ne, jetzt machen wir einen. Wenn ich mir zwei jetzt einen zweiten Grobschmied mache, den mache ich mir direkt, ja. Direkt vorne einer Dingszahn. Das ist auch Fallmacher. Oh, das ist der eine coole Fallmacher. Der versperrt den Weg hier. So. Ich will... 1, 2. Dann will ich... Da haben wir golden, ne? Zack, zack. Habe ich die schon irgendwo? Ne, ne? Feuerstein für Pfeile eventuell. Ja. So. Ganze Kies. Doch, dein. Hier sieht unser Loch, dein. So, Tiefenschiefer. Mal erstmal hier hin. So, da haben wir noch Theoret. So. Das können wir auch nochmal gucken. Hier mal weiter gucken. Genau, so. Ne. Ne, 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 ne. So, da hin. Schmiedetisch. Für den Grobschmied, ne? Ich habe schon manchmal Warnvorstellungen. So. Dieser kommt jetzt da hin. Hier oben rein. Ich finde, das passt direkt an der... Dings. So. Zwei Grobschmiede. Ich hoffe, es werden nicht die gleichen. Ähm... Eisen-Dings. Wo haben wir dich? Ich hoffe, es werden nicht die gleiche. Ich hoffe, es wird nicht die gleiche. Ich hoffe, es wird nicht die gleiche.